Schuh-Trends 2024. Welche Modelle diesen Sommer angesagt sind, in welche es sich zu investieren lohnt und was diese nachhaltigen Schuhe mit Plastikflaschen zu tun haben, darum geht's jetzt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Modestil und bewusstes Shopping. Tja, Schuhe sind eines der wichtigsten Key Pieces in jedem Outfit, wenn nicht sogar das Allerwichtigste. Denn Schuhe können einen Look in so gut wie jede Richtung lenken und ihn vollenden. Ich habe für dich die aktuellen Schuhkollektionen der Designer durchforstet und die wichtigsten Trends für den Sommer 2024 für dich zusammengefasst. Bequeme Schuhe sind 2024 ein großer Trend. Unsere Füße werden es uns danken, denn auf den Laufstegen waren sehr viele Flats zu sehen, auch sehr viele Ballerinas. Die sind unter den Schuh-Trends ganz vorne mit dabei, auch wenn sie bis vor kurzem noch fast noch als Modesünde der 2000er abgeschrieben waren. Doch mittlerweile zeigen uns viele Designer, dass Ballerinas auch richtig stilvoll und zeitgemäß aussehen können. Im Trend sind vor allem ganz klassische Modelle mit runder Kappe und Schleifchen, aber auch solche fancy Designs mit Tweed, Metallic oder Glitzer. Auch Spitze-Ballerinas sind gerade sehr im Trend. Diese hier habe ich von Vivaya, dem Sponsor dieses Videos. Ich habe schon mal mit Vivaya zusammengearbeitet, weil die Schuhe dieser Brand super bequem sind und weil sie auch nachhaltiger produziert sind. Diese Ballerinas zum Beispiel, so wie die meisten Schuhe von Vivaya, sind nämlich aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Also eine absolut geniale Art, bereits vorhandenes Plastik wiederzuverwenden, anstatt es wegzuwerfen und damit den Planeten zuzumüllen. Das Schöne an den Schuhen von Vivaya ist auch, dass sie so super leicht und atmungsaktiv sind. Der Schuh-Trend Ballerinas wird unsere Füße also auf jeden Fall erfreuen, denn sie sind eben sehr bequem und sie lassen sich auch super vielseitig stylen. Um Ballerinas zu tragen und dabei aber nicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu wirken, ist es ratsam, sie nicht mit Skinny-Jeans oder Leggings zu kombinieren. Viel besser ist das Starling mit einer lässigen, weiten Hose oder einer geraden Hose. In dieser Kombi ist dieser Schuh-Trend perfekt für den Alltag oder auch für einen Virolook. Es gibt übrigens auch Vivaya Stores, zum Beispiel in den USA, in Australien oder auch in Asien. Ich war letztes Jahr in Singapur und wollte in ein Vivaya-Geschäft, aber ich bin nicht reingekommen, weil der Laden so voll war und sich schon davor eine lange Schlange gebildet hatte. Und ich bin so ein ungeduldiger Mensch, ich wollte dann am Ende nicht warten und wir können ja auf jeden Fall hier in Europa bei Vivaya problemlos online bestellen. Und ich habe auch wieder einen Rabattcode für dich, mit dem bekommst du 12% Rabatt. Mules sind nach wie vor ein ganz großer Trend und das sind eben diese Schuhe, die den Vorderfuß bedecken, aber die Ferse und die Knöchel freilegen. Neben den Klassikern in Weiß, Beige und Schwarz liegen dieses Jahr auch softe Pastellfarben und knallige Töne im Trend. Wegen ihres offenen Designs sind Mules natürlich vor allem im Sommer beliebt. Du kannst sie sowohl zum Kleid, zum Rock, als auch lässig zur Jeans oder Leinenhose kombinieren. Wenn du dich für ein auffälliges Modell entscheidest, ist es ratsam, im restlichen Outfit eher schlichte Farben und Designs zu nehmen oder die Schuhe einfach in einem monochromen Look zu stylen, zum Beispiel in Natur- und Erdtönen. Dann wirkt das Outfit einfach nicht überladen und den schönen Schuhen wird so die Show nicht gestohlen. Diese hier haben so ein Knotendetail, das liegt ebenfalls im Trend. Diese Schuhe sind genau wie die Ballerinas von Bevaia aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Und sie haben so eine extra weiche Sohle, auf der man wirklich den ganzen Tag über entspannt und bequem laufen kann. Ich finde solche Schuhe im Sommer auch ideal fürs Büro, denn ganz offene Sandalen sind ja je nach Beruf eben nicht ganz gern gesehen. Aber bei diesen Schuhen ist ja der vordere Fuß verdeckt und die offene Ferse, die kann man dann zum Beispiel so ein bisschen mit einer Hose umspielen, sodass alles doch relativ bedeckt ist, aber die Füße es trotzdem schön luftig haben. Nicht nur Ballerinas sind ein Schuh-Trend, der aus den 2000ern zu uns zurückkommt, sondern auch Sneaker aus der sogenannten Y2K-Zeit sind jetzt auch wieder sehr angesagt. Unverwechselbare Erkennungszeichen sind ein schmales Profil und ein schlankes Design. Bekannte und beliebte Vorzeigemodelle sind diese hier von Adidas zum Beispiel. Und das Schöne an Sneakern ist, dass wir sie wirklich zu jedem Look kombinieren können. Das gilt insbesondere auch für die Retro-Sneaker, dass sie sich durch ihr reduziertes Design unserem Outfit so gut anpassen können. Die Vogue empfiehlt Retro-Sneaker aus Wildleder kombiniert mit gemusterten Socken. Wenn dir das aber etwas zu bunt ist und du universelle Sneaker haben möchtest, die noch neutraler sind, dann sind solche minimalistischen, klassischen Modelle ideal. Diese hier sind auch aus recycelten Plastikflaschen, die sind auch von Vivaya und die sind super weich, leicht und atmungsaktiv. Man kommt ganz leicht in diese Sneaker rein. Also ich finde, das ist gerade im Sommer super praktisch. Wenn die Füße hier so ein bisschen anschwellen, ist das einfach sehr bequem. Und dementsprechend sind diese leichten Sneaker einfach perfekt für die warme Jahreszeit. Und das Beste, diese Schuhe lassen sich sogar in der Waschmaschine waschen. Daher ist auch so ein reines Weiß total unbedenklich. Wenn du aber genug von weißen Sneakern hast, dann schau dir mal diese Farbauswahl an. Da ist auf jeden Fall für jeden Farbtipp was dabei. Früher galten Kittenabsätze ja noch so ein bisschen als spießig. Mittlerweile sieht man sie aber an jeder Ecke. Die bequeme Alternative zu High Heels und Pumps hat sich zu dem heißen Schuhtrend überhaupt entwickelt. Also solche filigranen Stilettoabsätze mit nicht mehr als 5 cm sind das Erkennungsmerkmal dieses Schuhtrends. Und diese kleineren Absätze kannst du sowohl zu Hosen, zu Röcken oder auch zu Kleidern kombinieren. Mit einem Kleid wirkt der Look sehr feminin und schick. Also perfekt für ein Dinnerdate oder einen Abend im Theater zum Beispiel. Einen Bürolook dagegen kreierst du mit Kittenheels, indem du sie zu einem Blazer und einer Anzughose kombinierst. Und alltagstauglich lässt sich dieser Schuhtrend 2024 zum Beispiel mit einer lässigen Jeans kombinieren. Wenn du dir in den vergangenen Saisons ein paar Loafer zugelegt hast, dann hat sich das Investment auf jeden Fall gelohnt. Denn Loafer gehören nach wie vor zu den ganz großen Schuhtrends. Neben klassischen schwarzen Loafern sind jetzt vor allem auch braune Modelle und auch sogenannte Two-Tone Loafer super angesagt. Also zweifarbige Varianten, zum Beispiel mit weißer Zehenkappe und schwarzer Sohle. Ein absoluter Klassiker ist der schmale Horse-Bit-Loafer von Gucci. Der passt mit seiner schlichten Eleganz perfekt zur Ästhetik des Quite-Luxury-Trends. Aber auch Chunky-Loafer mit klobiger Profilsohle sind super gefragt. Und das Beste, der Schuhtrend ist nicht nur bequem, sondern lässt sich auch zu so gut wie allem kombinieren. Aktuell ist nach wie vor die Kombi aus Loafern und Socken und dazu dann zum Beispiel ein Kleid oder ein Set aus Blazern und Shorts oder Minirock. Also ein absoluter Klassiker des Preppy-Schicks. Die sogenannten Non-Schuh-Schuhe sind bei Fashionistas schon seit einigen Jahren angesagt. Und bei der Luxusmarke The Road zum Beispiel soll dieses Modell wohl das meistverkaufte sein. Dabei haben diese Schuhe schon 2019 ihr Debüt gefeiert. Aber jetzt ist es soweit, dass diese sehr minimalistischen Schuhe so den Mainstream-Geschmack treffen. Denn viele Brands haben jetzt sehr ähnliche Schuhe auf den Markt gebracht. Zum Teil auch zu viel erschwinglicheren Preisen. Wie immer verlinke ich dir alle Teile aus diesem Video unten in der Videobeschreibung. Oder du findest sie auch in meinem LTK-Shop. Da kannst du die Sachen nochmal gestylt sehen. Du findest da Alternativen und wenn du möchtest, kannst du da die Teile auch sogar direkt nachshoppen. Riemchen-Sandalen sind ein unverzichtbares Sommer-Essential. Auch 2024. Vor allem, wenn sie so ein minimalistisches 90er Jahre Flair haben. Vor allem asymmetrische Riemchen sind sehr angesagt. Wie gesagt, eine weitere Variation, die diese Saison im Trend sind, sind solche, die so ein bisschen an die Antike erinnern. Gerade mit einem Midi- oder Maxi-Kleid ergeben sie sofort so eine griechische Göttin-Flair und sind bequem und elegant zugleich. Aber kombinieren lassen sich Riemchen-Sandalen zu so gut wie allem im Sommer. Daher ist dieser Trend auf jeden Fall eine sinnvolle Investition für deine Sommercapsule-Wardrobe 2024. So, dann hoffe ich, dass dieses Video für dich nützlich war. Wenn du mir von solchem Content sehen möchtest, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und hinterlasse mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, mach's gut!